ähm, Kaugummi, Kaugummi, der Kaugummi, der ist zu trock Können wir den einfach benutzen? Benutzt den noch einfach Da steht ja gar kein Stattdessen ist mit Hut und Stock Voll bescheuert Oh ja Okay, so ist er ihn Also mit rechtem Austauslosen Ich hebe mir den Rast lieber für viel spät So, jetzt können wir aber Kaugummi mit Musikscheibe Und dann So, ich frage mich, was es mit diesen Klappen auf sich hat Ich brauche mehr Licht Bla, bla, bla Wie kriege ich denn das zum Brennen? Moment, Phosphor Äh, ich bin auch dumm Phosphor ist hier so ein Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen So, jetzt können wir das Ganze auch hier mal Gucken wir uns erstmal das da an Das Mosaik zeigt Wie die Oberschicht den Planeten verlässt Die Unterschicht bleibt zurück Boah, sind die wütend Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen Es war wohl Grill Donnerstag Okay Zuckerhater Machen wir die mal hier rein Das Mosaik wie das Genau wie ich bald Und Hey, hey Hier hat jemand was dra Das muss das Passwort Immerhin steht es dir Genau da, wo ein Stück Mosaik Mist Okay, es ist vielleicht dieses Stück Mosaik Hier hat jemand was Das muss das Passwort Immerhin steht genau Ja, ja, ja Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt Okay Hier sind ja noch mehr Teile Ach, kein Problem Das habe ich ihm nur zusammen gepuzzelt Oh Gott, Puzzeln Ich bin echt schlecht im Puzzeln eigentlich Hallo Hallo Hm 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 Der könnte, ne kommt der nicht Der auch nicht Oh, wir können die Teile drehen Okay, wir können die Teile also drehen. Das passt doch hier perfekt rein, Rufus. Was hast du denn? Warum halten die jetzt nicht? Da. Okay, jetzt müssen wir von da aus weiter gehen. Ich bin echt schlecht in sowas, Leute, wie man vielleicht merkt. Okay, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier das hinkriegen. Und das könnte hier hin passen. Dann müsste das hier da hin passen. Machen wir erstmal den Rand. Gut. Den Rand kriege ich hoffentlich noch hinten. Es müsste irgendwie sowas hier sein. Gut. Genau. So, und können wir das vielleicht? Ne. Okay, soviel zum Rand. Mit dem ich ja so gut bin. Ich bin echt schlecht in sowas. Das könnte da hin passen. Ja, tut das. Okay, immerhin haben wir das schonmal. So. Hm. 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 Ihr seid mir vielleicht ja als Geekse. Das könnten wir nicht. Das könnten wir nicht. Das könnten da hin passen. Ne, tut's nicht. Das könnte vielleicht. Ne, tut's nicht. Das könnte. Das könnte sogar wirklich. Ne, tut's auch nicht. Ah, ich bin schlecht in sowas. Ich bin richtig schlecht in sowas. Oh, nice. Das heißt, wir brauchen etwas langgezogenes mit... Könnt das nicht wirklich der da sein? Ne, könnte ja nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Ich probiere die jetzt einfach alle durch. Der auch nicht. 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 Das könnte es sein. Ja, das ist es. Hä? Und jetzt? Ja, das ist es. Das brauchen wir so. Nein, das passt aber nicht hin. Das passt aber hin. Das passt aber hin. Das passt aber hin. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Hä? Ich bin einfach zu schlecht für sowas. Moment, wir können ja mal grad gucken, ob wir hier irgendwas finden. Das passt auch nicht. Okay. Das passt auch nicht. Das passt auch nicht. Das passt recht gut, aber passt von der Ding nicht. Oh Gott. Mosaiken. So was schönes. Moment. Das könnte da hin. Das könnte da hin. Und dann könnte... Ich könnte mir den Grünstein. Das hier hin. Dann könnte das hier hin. Oh. Dann könnte das... Das könnte da hin. Das könnte da hin. Das könnte da hin. Dann würde das wahrscheinlich hier hin kommen. Nein. Hier hin. Auch nicht. Hm. Das kann... Oh, oder das könnte da hin kommen. Ja. Schön. Einfach nur herrlich. Das Problem ist, ich stelle mich hier an dieser Ecke hier unten. Und die müsste einfach irgendwie da hin. Moment. So geht's auch. Dann könnten wir hier den da hin machen. Dann haben wir hier... Das muss... Hier hin. Hier hin. Hä? Warum? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Okay. Nein. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Nein. Das passt nicht. Kann wir die jetzt wieder rauchen? Nein, können wir nicht. Geh! Geh! Nein! Verdammtes Ding, du sollst! Nein, hier. Oh shit. Upsi! Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Damn it! Schlecht. Sicherungskasten. Taschenlampe. Sicherungsschalter. Okay. Das ist natürlich cool. Rufus. Natürlich ist es Rufus. Es kann nichts anderes sein. Das ist ja sch... Hm. Die Schraube der Kaugummis. Sieht doch gut aus. Uuuuh. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Uua. Das heißt aber, wir können jetzt... Tadaa. In den Fahrstuhl gehen. Verdammt. Verdammt. Hm. Hier. L. U. F. U. L. Hey. Was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Nö. Geht doch. Okay. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Hm? Oh ja. Was ist das für ein Geräusch? Hm. Sieht nicht so cool aus hier. Boah. Nicht so cool, das ist der Organon. Ein Beamtenkreuzer. Ein Beamtenkreuzer. Was hat das zu bedeuten? Der Organ. Bin ich in eine Falle getappt? Ja, das könnte gut sein. Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Das wäre creepy. Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Oh ja. Aber erst Notboot. Hehehe. Ach so. Kein Passwort, ja. Aufstiegscodes. Aufstiegscodes. Da war ja. Erstmal hier Hebel. So. Flagge nehmen. Hebel. Sonst noch irgendwas? Flagge. Ich behalte die. Ich brauche. Ich ordne. Ey. Wo ist mein Eimer? Wenn etwas auf fünf bremst. Okay. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Oh. Das ist nicht. Kann ich mit dem Kaugummi und dem Staub? So viel. Wie soll man sich? Wenn ich anfange meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Ja. 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 Sad but true. Hm. Sie schimmert leicht. Du solltest sie nicht essen. Mensch. Dieses Rätsel. So viel. Wie soll man sich? Ha. Was machen wir denn? Zwei Stöcken? Egal. Zum Fahrstudio wollen wir uns das ja genauer angucken.